Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche und auch der letzten Bücherwoche vor meiner Sommerpause. Ja, ich spreche heute über die Bücher der letzten Juniwoche und auch den Montag, Dienstag sozusagen mit dem Buch, was ich ja sozusagen einfach bis zu Ende des Monats gelesen habe und ja, haben jetzt die Sommerpause vor uns. Ja, die im letzten Jahr sehr, sehr gut getan und ich erhoffe mir auch jetzt von der Sommerpause wieder Kraft und Energie und werde natürlich weiterhin lesen, gar keine Frage, das tue ich ja immer. Und nachdem es in diesem Jahr auch nicht ans Meer geht oder ja, groß irgendwo hingeht, werde ich natürlich den ein oder anderen Nachmittag komplett wahrscheinlich mit Lesen in der Natur verbringen. Das nächste Video ist für den 8. August geplant. Das ist ja im Grunde ja auch ein Samstag. Da wird es voraussichtlich die Neuzugänge geben, die werde ich da auf jeden Fall vorstellen. Was es dann danach gibt, ja, kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Ich gehe mit einigen Ideen schwanger, wie man so schön sagt, was so die Video-Upload-Tage angeht, was so die Formate angeht. Es wird, denke ich, dann auf jeden Fall einen Büchermonat Juli geben, um euch zu zeigen, welche Bücher ich jetzt dann auch in der Sommerpause gelesen habe. Aber ja, was danach passiert, das, ja, denke ich, wird dann danach in irgendeinem Video erzählt werden. Ich muss mir da erst mal so ein paar Gedanken machen. Ich habe einiges in meinem Journal, so ein bisschen an Ideen hin und her und welche Formate mag ich bei mir gerne, bei anderen, was würde ich da vielleicht gerne irgendwie übernehmen, verändern, anders machen. Auch die Bücherwoche ist definitiv für mich schon so ein bisschen, irgendwie ein bisschen Stress, um immer zu sagen, ich lese jetzt von Montag bis Sonntag und ich kann dann samstags kein Buch mehr anfangen, weil, ja, solche Gedanken trägt man ja doch irgendwie immer so in sich. Und man darf ja auch nicht vergessen, man macht das hier alles nur aus Spaß und aus Hobby. Und ja, wenn man sich da irgendwie gestresst fühlt oder ähnlichem, dann muss man eben einfach irgendwie jetzt auch mal eine Pause machen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und danach schauen wir dann eben einfach mal weiter, was so ein bisschen passiert. Ja, zu der restlichen Woche, die war, glaube ich, recht sommerlich, soweit ich mich erinnere, bis auf der Sonntag. Da ging es dann gefühlt wieder bergab und seitdem hatte ich auch ein bisschen mit Kreislaufproblemen zu tun. Gerade Sonntag, Montag war doch da der Puls und auch der Blutdruck nicht so, wie er sein sollte. Also ich bin ganz schwer so irgendwie aus dem Puschen gekommen, hatte sehr viel Schwindel. Ja, also man merkt, sobald das Wetter wieder da unten geht, bin ich wieder raus. Aber wir brauchen Regen, definitiv. Das merke ich auch sehr in meinem Garten, also dass da einfach die Vorräte unten noch nicht so aufgefüllt sind, damit man da irgendwie zwei heiße Wochen, ja, die Umwelt oder die Welt, die Natur irgendwie greifen kann. Und ja, ansonsten war es diese Woche auch die letzte Tauschkonzert-Sendung. Eine Sendung, die ich sehr, sehr geliebt habe. In diesem Jahr ich die ganze Mischung der Sänger großartig fand. Ich bin ein riesiger Max-Giesinger-Fan. Ich mag Michael Patrick Kelly, tatsächlich, seitdem er nicht mehr Penny Kelly sozusagen ist. Ich finde auch Nico Santos immer nieder zum Tanzen und war vom Rest sehr, sehr überrascht. Es war Jan von Selig dabei, eine Band, die ich vor 25 Jahren sehr, sehr geliebt habe. Und es war faszinierend, ja, diese Kombination so mitzubekommen. Und Musik ist was, was mich ganz im Tiefen berühren kann. Und es gibt ja so irgendwie einen schönen Satz, Musik sorgt dafür, dass man sich erinnert oder eben auch vergisst, je nachdem, welche Art Musik man hört. Und da ist definitiv was dran. Da gibt es auch irgendwie einen schönen Song von Unheilig, der eben auch irgendwie sagt, es reicht ein Ton und man ist wieder dort. Und ja, für mich ist Musik definitiv was. Also mir hat diese Sendung dieses Mal wieder großen, großen Spaß gemacht. Das war eine Wahnsinns-Truppe, die sich gefühlt so von außen betrachtet auch sehr nahe gekommen ist, die sehr zu schätzen wusste, was die anderen mit den Songs gemacht haben. Und es hat unfassbaren Spaß gemacht. Und die Playlist läuft bei mir gefühlt in Dauerschleife. Natürlich gibt es Songs, die ich cooler und besser fand als andere. Aber mir hat es großen Spaß gemacht. Und es ist irgendwie schade, dass es vorbei ist. Wobei ich jetzt natürlich sage, jetzt kommt so der Hochsommer und dann auch der Urlaub. Da verbringe ich gefühlt noch weniger Zeit vor dem Fernsehen und habe jetzt im Grunde auch kein Dienstags-Day mehr mit dem Fernsehen. Und ja, das ist dann natürlich die positive Seite. Aber es war wirklich eine tolle Staffel. Und ich weiß nicht, ob ihr Musik mögt, ob ihr die Sendung irgendwie verfolgt habt, wie ihr diese Staffel empfunden habt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben und ja, da eure Gedanken ein bisschen da lassen. Ich habe ja zwischendrin immer mal Staffeln irgendwie bewusst nicht angeguckt, weil keine Künstler dabei waren, die mich angesprochen haben. Aber ich hatte diesmal so das Gefühl, fast so ein bisschen zur ersten Staffel, die ich ja wirklich gefeiert habe und die ich großartig fand. Und ja, für mich passen diese zwei Staffeln perfekt zusammen. Und ja, also wird mir lange im Gedächtnis bleiben. Und auch die Playlist wird mich jetzt bestimmt noch ein Weilchen begleiten. Ansonsten zum Thema Serie. Ich habe The Sinner, die dritte Staffel, beendet. Da werde ich, denke ich, dann im Nachgang ein bisschen was dazu erzählen. Und ich habe mit Gotham auch ein bisschen weitergemacht. Habt aber gerade so ein, zwei Probleme mit. Und ja, die besprechen wir dann einfach später. Jetzt denke ich, fangen wir erst mal mit den Büchern an. Die Woche startete mit Nordblut von Mira Valentin. Wölfe wie wir, der Auftakt einer vierteiligen Reihe. Dann habe ich gehört Then Your Life von Shunmyo Masuno. Ich hoffe, ich habe die Notiz richtig abgelesen. Dann habe ich gelesen von Ivy Andrews A Single Night, der Auftakt auch einer vierteiligen Reihe. Und ja, dann den Monat beendet habe ich mit Ein Junge, Sein Hund und das Ende der Welt von Z.A. Fletcher auch als Hörbuch gehört. Und ja, wie immer fangen wir mit dem ersten Buch der Woche an. Das ist, ich rutsche vielleicht ein bisschen zur Seite. Das ist Nordblut, Wölfe wie wir von Mira Valentin. Es ist ein wunderschönes Cover. Also das finde ich wirklich großartig. Die Aufmachung des Buches ist richtig, richtig schön. Es ist der Auftakt einer vierteiligen Reihe. Band 2 wird Spiel der Götter heißen und ist auch irgendwie schon angekündigt. Und ich weiß auch, dass Nordblut irgendwie jetzt vertont wird. Und ich glaube, im August, glaube ich, kommt auch das Hörbuch dazu. Also wer vielleicht lieber High Fantasy im Hörbuchformat hört, liest, der kann sich da einfach noch ein bisschen gedulden. Ich kannte bisher kein Buch von Mira Valentin, keine Geschichte von ihr. Ich kenne eben nur ihre Zusammenarbeit mit Eric Kelln in der Lichtbringersaga. Und da hat mir eben ihr Part unfassbar gut gefallen. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Kenner, was Wikinger angeht, was nordische Sagen angeht. Aber mich hat das mega angesprochen. Ich kann nicht sagen, der Klappentext klang toll. Cover war cool. Und diese Idee eben mit diesen nordischen Sagen, Mythologien, Göttern. Ja, mit Götter kriegt man mich gefühlt ja immer. Und ja, von daher musste dieses Buch einfach bei mir einziehen. Und ja, ich habe es jetzt eben auch gelesen. Wir starten im Jahr 980 nach Christus. Wir lernen die Charaktere der Geschichte sehr einprägsam direkt zu Beginn der Geschichte kennen. Auch die Götter, die zur damaligen Zeit vorherrschen, lernen wir kennen. Und auch so ein bisschen die Machtspiele beginnen schon bereits im ersten Band. Ihre Leben sind aus den verschiedensten Gründen sehr unterschiedlich, sehr schwer, sehr tragisch. Es passieren viele Dinge in den einzelnen Charakteren, wo man irgendwie versucht dann auch zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind und warum sie auch so handeln. Manches ist aus eigenem Verschulden. Aber es gibt eben auch Menschen, die eben durch andere Menschen ihren Verschulden hier eben zu einem tragischen Leben gekommen sind, beziehungsweise das tragische Leben dann auch leben müssen. Wir erleben hier so ein bisschen die Lebensweise und auch die Geschichte der Wikinger, so ein bisschen auch eben diese nordischen Göttersagen und wie die nordischen Völker auch missioniert wurden. Auch hier sind im Grunde schon Beginne davon zu spüren, dass man eben den christlichen Glauben sich zuwendet, dass es nur einen Gott gibt und ähnlichem. Und das fand ich tatsächlich super faszinierend. Doch die Taten, die jetzt diese Menschen und unsere Protagonisten, unsere Erzähler im Grunde tun, die lassen die Götter aufmerksam werden. Das ist gar nicht von Vorteil. Man möchte sich nicht mit Götter anlegen. Ich möchte tatsächlich zu den einzelnen Erzählsträngen gar nicht so viel erzählen, weil ich es unglaublich viel finde, was den einzelnen Erzählenden... Also zum einen haben wir eine Vielzahl an Erzählsträngen, die alle miteinander verwoben sind. Und ich finde es unglaublich schwer, die noch so gedanklich jetzt auseinander zu bekommen. Es war eine Geschichte, die mich reingezogen hat. Ich habe die ersten 100 Seiten in einem Stück weggesuchtet, inhaliert. Ich war fasziniert von dem Stil, von der Spannung, von dieser bildhaften Erzählweise, von dieser Kraft, die aus der Sprache herausgeht, wie diese Götter ihren Einfluss wirken, wie Menschen sein können und auch wahrscheinlich gewesen sind. Es gibt hier auch historisch belegte Charaktere, die in dem Buch einen Rahmen finden. Ich fand es mega spannend, wie Mira Valentin mit den nordischen Sagen, den vielen Göttern und auch tatsächlich den gewöhnungsbedürftigen Namen an mancher Stelle so ein High-Fantasy-Feeling erstellt hat. Natürlich ist es kein historisch belegter Roman. Man kann hier schon, oder ich spreche hier von High-Fantasy, was eben aber einfach an diesen Sagen und Mythologien angelehnt ist. Und wenn man dann das Googeln anfängt und sieht, wie nah Mira Valentin sich hier an Sagen, Mythen gehalten hat, das ist echt unglaublich, was sie hier wirklich auch studiert hat und recherchiert hat und eingebracht hat. Es ist ein sehr, sehr packender, einnehmender, fesselnder Schreibstil. Es ist eine bildhafte Erzählung. Man hat ja wirklich die Plätze vor Ort, die Wälder, das Meer, diesen ganzen Ort, die Menschen, die Häuser, diese Orte. Das ist wirklich, was ich großartig fand. Es ist, als würde man in so einem Film hüpfen und diese damalige Zeit wirklich vor Augen sehen. Also es funktioniert für mich ganz wunderbar, wie sie diese Kunst des Erzählens hier anwendet und wie sie uns diese Welt von damals näher bringt. Mira hat diese Welt wirklich zum Leben erweckt. Sie hat sie zu ihrer eigenen gemacht und ihre eigene Geschichte daraus erzählt und hat aber eben nicht dieser Mythologie oder diesen Sagen um diese Götter einen Bogen gemacht. Nein, sie hat sie mit eingezogen in ihre Geschichte. Und es gibt eben auch Charaktere im Buch, die es tatsächlich in der echten Geschichte gab, wie es ja auch die Götter sozusagen gegeben hat. Darüber lässt sich natürlich streiten, aber die Menschen haben damals daran geglaubt und die haben hier eben auch ihre große, große Rolle. Ich muss einfach nochmal auf den Stil kommen, denn ich fand den wirklich Wahnsinn. Also seltenst einen solchen wirklich in den Bann reinziehenden Stil erlebt, fand ich wirklich großes, großes Kino. Also ich war mittendrin, ich wollte nicht mehr aufhören, ich habe es nicht mehr weggelegt. Ich habe parallel ja das Hörbuch gehört, das ist tatsächlich dann eher auf der Strecke geblieben, weil ich immer wieder lieber zu dem Buch gegriffen habe. Es ist einfach der Wahnsinn, wie sie erzählt, wie sie Dialoge erschafft, wie sie mit Worten eine Gewalt der Geschichte sozusagen rüberbringt und so eine Welle. Ich fand das echt großartig. Der Kritikpunkt so ein bisschen an der Geschichte ist für mich, dass es mir fast zu viele Perspektiven waren. Es sind zu viele Sprünge innerhalb der Geschichte, wo ich manchmal doch so einen kurzen, verwirrten Moment hatte, der mich so ein bisschen aus dem Lesefluss gebracht haben. Aber ja, es war da eben manchmal schon anstrengend zu folgen, dabei zu bleiben, nochmal nach drei Perspektivwechseln zu wissen, wo stand der da vorne nochmal, wie ging es weiter. Und dann fügen sich die Geschichten natürlich schon ineinander, aber jeder hat natürlich so seine eigene kleine Geschichte innerhalb der großen Geschichte. Und was ich tatsächlich auch noch ein bisschen schade fand, ist, dass die Perspektiven hier recht ähnlich klangen. Ich bin ja ein Fan und ich weiß, dass es überhaupt kein Muss, wenn man eben Perspektiven schafft, dass man eben merkt, dass man jetzt ein Mann ist, eine Frau ist, ein alter Mann, eine junge Frau, was auch immer. Dass man Unterschiede in der Sprache, in den Gedanken, in dem Tun merkt. Und das mochte ich tatsächlich ja an der Lichtbringersaga, dass man beim Protagonisten merkte, der hat es von Eric Kelln geschrieben und die Protagonistin von Mira Valentin. Das klappt natürlich wahrscheinlich nur, wenn man wirklich sich da dann in, also zwei Autoren hat oder eben richtig hineinversetzen kann. Es klappt aber auch bei vielen Autoren. Und das war hier leider so ein bisschen eher, also ein Stil, der ja großartig war, aber ich hätte so kleine Feinheiten mir an mancher Stelle doch auch noch ein bisschen gewünscht. Dennoch ist die Story richtig, richtig cool aufgezogen. Es ist ein Wahnsinnsauftakt, der ansatzweise nur verspricht, ein großer Epos zu werden. Und ich bin mega gespannt auf Band 2 und wo diese Reihe, diese Machtspielchen, diese nordische Geschichte hingeht. Ich finde es wirklich höchste Qualität im Stil, im Cover. Man merkt ein Lektorat, ein Korrektorat. Man merkt, dass dieses Buch, auch wenn es ein Self-Publisher-Buch ist, überhaupt nichts nahe steht eines Verlagsbuches. Und ja, ich das einfach nur feiere. Also großes Bücherkino, definitiv ein Highlight, trotz der eineinhalb Kritikpunkte. Ich fand's Hammer. Also wer High Fantasy mag, wer Göttergeschichten mag, wer auch sich so mit diesen nordischen Wikinger-Sagen irgendwie beschäftigen möchte und das auch gerne tut, der ist absolut richtig. Und ja, Google nicht vergessen, weil da findet man noch um einiges mehr heraus. Und umso faszinierter war ich dann auch von der Recherche von Mira, was sie hier gezaubert hat. Also ein großartiges Buch, was nachhalt und ich bin mega, mega gespannt auf den zweiten Teil. Gehört habe ich dann Zen Your Life von Shunio Masuno. Das ist nicht mein Name. Ja, ein Buch, das ich schon etwas länger auf meiner Hörliste habe. Also ich habe da schon mal irgendwann, ich glaube mal für einen halben Gutschein vielleicht sogar, mir irgendwie besorgt. Die Idee dahinter ist so ein bisschen ähnlich, wie es auch die Ein-Prozent-Methode von James Clear macht. Mit kleinen Schritten, die eben auch zum Ziel führen, dass man im Hier und Jetzt ist. Und ja, so hatte ich eben einfach Lust auf ein Sachbuch, was in eine ähnliche Richtung geht, weil mir ja das Buch von James Clear unglaublich gut gefallen hat. Und mit dreieinhalb Stunden ist das wirklich auch nur so ein kleiner Happen, der aber mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der Sprecher ist Herbert Schäfer. Der hat eine sehr, sehr angenehme Erzählstimme, eine sehr schöne Betonung und hat für mich dieses Thema nicht zu abstrakt wirken lassen, sondern hat es wirklich sehr angenehm erzählt. Die Frage, die sich der Autor stellt, der ist ein Mönch, Gartendesigner und auch Professor, der stellt sich die Frage, ob man sein Leben in 100 Tagen ändern kann und erklärt uns in diesem Buch, welche Schritte wir im Hier und Jetzt tun, damit unser Leben eben in 100 Tagen anders sein kann, dass es achtsamer ist, ja lebenswerter, dass es uns besser geht, dass wir positiver sind und erklärt uns eben auch, was dieses Zen tatsächlich ja auch bedeutet. Es sind eben die kleinen Schritte, die zum Ziel führen und es sind eben auch sehr simple Gedanken und auch wenige Gedanken, aber diese Grundsätze sind aber höchst effektiv und zeigen, wie man eben tatsächlich mit Zen einen schnelllebigen Alltag so ein bisschen entfliehen kann oder dem Stand halten kann und eben immer wieder ins Hier und Jetzt zurückkehrt. Und wir bekommen 100 Tipps, theoretisch für jeden Tag einen, wie wir eben ein achtsames Leben führen können. Und die Idee finde ich großartig. Ich mag es, wenn einem als Mensch gezeigt wird, wie man mit kleinen Schritten, Kleinigkeiten etwas verändern kann, dass es nicht immer das ganz Große ist, dass man gleich im Marathon läuft, sondern dass man eben mit dem ersten Kilometer startet. Und ich mag solche Gedanken super gerne. Ich kenne ja noch von früher dieses Kai Zen, was ja so ein bisschen das Aufräumen betrifft, dass man im Grunde produktiver wird durch kleine Schritte. Ich mochte die Ein-Prozent-Methode von James Klee und ich glaube, als ich das auf die Wunschliste gepackt habe, bin ich über dieses Buch hier gestolpert, was natürlich so ein bisschen diesen asiatischen Ansatz tatsächlich auch noch ein bisschen mehr hat, dieses Zen hat, was ich sehr interessant und spannend fand. Es ist einfach ganz toll, diese Dinge auszuprobieren. Ich habe mir einiges so ein bisschen rausgeschrieben in meinem Journal an Ideen, an Gedanken, wie man manches am Tag vielleicht anders verändern kann. Manches kennt man natürlich schon, anderes praktiziere ich schon. Da geht es um ein bisschen eine Viertelstunde früher aufstehen für die Morgenroutine. Das hier aber ganz wichtig ist, dass hier keine Vorgabe gemacht wird, wie die auszusehen hat, sondern was eben für Vorteile welche Dinge haben. Es geht darum, einfach mal seinen Blick schweifen zu lassen, in die Natur zu gehen, eine Gehmeditation zu machen, innezuhalten, Musik bewusst zu hören, ein Buch bewusst zu genießen. Wir haben hier sehr, sehr viele Ideen und ganz toll fand ich auch, wie er über das Thema Barfußlaufen gesprochen hat oder tatsächlich auch den Leerlauf zwischen zwei Dingen. Das waren nochmal so Impulse, die ich super spannend fand. Ich bin ein absolutes Barfußkind. Ich liebe das und finde das im Winter wirklich katastrophal, dass man selbst in der Wohnung ja gefühlt immer Socken tragen muss, weil es eben einfach dann doch ein bisschen kalt ist. Und ich genieße das im Sommer, Barfuß zu laufen. Ich mache das, wo ich nur kann. Meistens natürlich dann im Garten, im Balkon, am See, wo auch immer. Und finde das einfach richtig toll. Beziehungsweise hat man dann ja auch oft Schuhe an, die so sind, also offene Schuhe an, die dann eben auch tatsächlich so dieses Barfußlaufen imitieren lassen. Aber ich schweife hier so ein bisschen ab. Sprachlich hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen und es war auch an keiner Stelle irgendwie anklagend oder besserwisserisch oder so von oben herab. Er hat es wirklich immer wunderbar neutral erklärt, gezeigt, was diese Dinge im Körper tun, im Geist und mit den Menschen machen und wie sie uns eben helfen auf dem Weg zu einem besseren Leben, einem besseren Ich. Das ist ja auch immer sehr, ja, nimmt man ja selbst nur wahr, ja, wie man da im Grunde hinkommt. Es bringt einen atmosphärisch, fand ich, sehr, sehr runter. Es hat mich sehr entschleunigt. Und es gibt auch so ein paar Gedankengänge zu Meditationen und Ähnlichem und das fand ich auch richtig toll. Also es hat hier so nochmal diesen Impulskarakter, wo einfach nochmal aufgefrischt wird, warum man manche Dinge vielleicht tatsächlich auch tut. Hat mir sehr gut gefallen und wirklich mit seinen dreieinhalb Stunden, nicht zu kurz, nicht zu lang, natürlich könnte man über jeden Einzelpunkt der 100 Punkte einfach nochmal länger sprechen, aber wenn einem dann eben ein Punkt dazu mehr interessiert, dann gibt es ja genügend andere Literatur, mit der man sich hier dann im Grunde behelfen kann. Und ich habe mir auch drei, vier Dinge rausgeschrieben, wo ich definitiv mehr dazu lesen, mehr dazu wissen möchte. Und ja, da freue ich mich dann auch schon auf diese Literatur sozusagen zu entdecken und bin da auf jeden Fall schon sehr neugierig. Kann ich empfehlen. Und bei dreieinhalb Stunden hat man auch nicht, selbst wenn es einem nicht ganz so viel bringt, nicht zu viel Lebenszeit, sage ich mal, verschwendet, indem man irgendwelche Weltzahlen gelesen hat, sondern man bekommt hier wirklich tolle Ideen und Impulse, um das Wahrnehmen ein bisschen zu stärken. Dann ein Buchtipp von der lieben Jasmin Zipperling und zwar A Single Night von Ivy Andrews. Ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, ja, durch ein Foto von der lieben Zippi, die hier ein Kleid gestaltet hat aus lauter 1-Dollar-Noten. Das fand ich echt Hammer. Und dann habe ich dieses Buch so ein bisschen näher betrachtet und dachte, ach ja, das Cover ist eigentlich ganz schön. Klappentext hat mich auch neugierig gemacht. Es wirkte ja schon ein bisschen wie New Adult, was ja nicht per se unbedingt meins ist, aber es wirkte eben durchaus ein bisschen erwachsener, hat sich in der Modesszene aufgehalten und wir sind zu Beginn der Geschichte auch in New York. Es ist der erste Band der Love-Reihe. Band 2 erscheint bereits im Juli und ich glaube, bis Dezember sind dann alle vier Bände da. Und das E-Book gab es für sieben Euro, was ich wirklich einen tollen Preis fand und da wirklich sagen kann, da kann man gar nicht meckern, wenn man eben gerne auch E-Books liest. Das Schöne an dieser Love-Reihe ist, dass jeder Buchstabe für den Vornamen einer Protagonistin steht und im ersten Teil lernen wir eben Libby kennen und ich fand diese Idee richtig toll. Also sich Vornamen für die Protagonistinnen zu suchen, die dann eben Love-Liebe ergeben und das fand ich richtig cool. Das hat mir direkt sehr gut gefallen. Und so weiß man natürlich schon in dieser Serie, welche Protagonisten, Protagonistinnen dann eben auch die Rolle spielen, was ich jetzt aber nicht spoilerhaft oder so finde. Das kann man sich durchaus mal ansehen. Die Cover sind auch alle viel sehr ähnlich, unterscheiden sich in den Farben und sprechen mich tatsächlich sehr an, obwohl ich ja sonst diese verschwommenen Cover nicht immer ganz so unbedingt mag. Aber hier bin ich tatsächlich ganz happy und ich bin auch ein rosa Mädchen. Von daher kann es mir nicht rosa und klitzerig genug sein. Wir treffen auf Libby. Sie ist mit ihren 18 Jahren, ich glaube das erste Mal auch in New York City, ist da auf einer Fashion Show und während sie nach draußen geht, zwischen zwei Terminen und mit ihrer Mutter telefoniert, trifft sie auf Jasper Chase. Der hat scheinbar einen Kumpel am Telefon und übergibt ihm dieses Telefon und der Freund von Jasper erzählt ihm, dass er schwer krank ist, dass er Krebs hat. Das wird er jetzt seinen besten Freund erzählen und sie möge ihn doch einfach ein bisschen trösten und vielleicht einfach eine halbe Stunde noch für ihn da sein. Und ja, wie er sozusagen gefiehlt, macht sie das. Jasper ist auch ganz froh über diese Ablenkung und beide kommen sich an diesem Abend und dieser Nacht auch sehr, sehr nahe. Nicht nur auf dieser Ebene der Trauer und des Tröstens, sondern auch körperlich. Und das fand ich tatsächlich eine richtig schöne Herangehensweise an die Geschichte. Das muss ich hier direkt mal einblenden. Doch Jasper ist am nächsten Morgen verschwunden und Libby ist sehr enttäuscht. Doch ja, das soll nicht die letzte Begegnung der beiden sein, denn Libby folgt nach knapp eineinhalb Jahren ihrer Dozentin nach Plymouth, ich hoffe, man spricht das so aus, in England, aufs College und trifft dort dann auch Jasper. Der ist zwar mega erfolgreich mit der Modelinie von seinem besten Freund und ihm geworden und ist da auch unter Vertrag bei einem anderen bekannten Designer, doch er möchte dort seinen Master machen und seine Mentorin ist auch die Dozentin, der eben Libby gefolgt ist und so treffen sich beide am College wieder. Und beide merken doch recht, ja, diese eine Nacht, diese Single Night hat sie verändert. Und es gibt natürlich Irrungen, Wirrungen, zudem eine mega coole Mädels-WG mit Oxy, Vale und Ella. Da lernen wir schon die Mädels der nächsten Geschichten sozusagen kennen. Und ja, natürlich haben wir, und das kann ich ganz klar sagen, eine Liebesgeschichte. Wir haben so ein bisschen New Adult Feeling, allerdings zum Glück nicht ins Flach Abfallende, sondern wirklich mit wunderbaren, knisternden, flirtigen Momenten, die mir unglaublichen Spaß gemacht haben. Es ist ein Schreibstil, den ich richtig toll fand, der tiefgründig war, der eingehend war, der wirklich zwei Charaktere zeigt, die irgendwie schon noch jung sind, auch Dinge schon erlebt haben, auch Enttäuschungen, aber doch irgendwie im Leben stehen und sich auch bewusst sind, was der andere im Grunde in ihnen bewirkt hat. Zudem kann ich das mit dieser eine Nacht tatsächlich sehr, sehr gut nachvollziehen und habe mich in einigen Gedanken von Libby wiedererkannt und fand das faszinierend, dass es sowas scheinbar doch häufiger gibt, als ich es mir selbst vielleicht irgendwie vor 20 Jahren eingestanden hätte. Ich fand den Stil wirklich toll. Ich fand ihn flüssig, modern, ich mochte die Dialoge, ich fand es unterhaltsam. Die beiden hatten Witz miteinander, Charisma, es gab den Charme, es war flirty, es wurde geknistert. Es war aber nicht irgendwie plump, erotisch oder unrealistisch oder irgendwie, was ich ja immer nicht so mag. Das habe ich hier zum Glück überhaupt nicht gefunden. Deswegen wirklich eine richtig schöne Liebesgeschichte, die zum einen natürlich in New York City beginnt und dann in England aufhört und gerade diese englischen Dörflein haben es dann so als Gegengewicht richtig, richtig toll gemacht. Ich mochte auch die Flirt- und Annäherungsideen, die die Autorin geschaffen hat. Ich fand zum Beispiel dieses Dies oder Dies, nee, Dies oder Das Spiel richtig toll, wo man eben sich gegenseitig fragt, Kaffee oder Tee, Baden oder Duschen und Ähnlichem. Ich fand das richtig toll, auch was denen dann für Fragen eingefallen sind. Ich mochte hier auch wirklich so diese Dialoge, wenn beide geführt haben. Ich fand das richtig, richtig cool und habe mich da super unterhalten gefühlt. Ich mochte auch den Perspektivwechsel sehr gerne, also dass wir in den Köpfen beider sind, aber auch hier muss ich den halben Kritikpunkt anbringen, dass mir das ein bisschen zu ähnlich war. Vor allem, weil wir hier eben eine Frau haben und einen Mann und ich einfach nicht daran glaube, dass wir tatsächlich das Gleiche denken oder in der gleichen Ausspruchsweise sind oder das Gleiche tun oder vorgehen. Also ich hätte mir hier einfach ein paar mehr Unterschiede gewünscht, aber das ist wie gesagt, ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass es das sehr selten gibt, aber da es das eben gibt und ich dadurch auch manchmal verwöhnt bin, man muss nur an George R.R. Martin denken oder auch an J.R.R. Tolkien, da spricht eben ein Frodo mit einem Sam anders als ein Pip mit einem Mary. Also das ist einfach so. Oder ein Aragon hat auch nochmal eine ganz andere Ausdrucksweise. Also das funktioniert, aber ich kann verstehen, dass das eben auch doch ein bisschen schwieriger ist. Was ich richtig toll fand, war auch, dass die Nebencharaktere schon sehr, sehr präsent waren. Die werden uns nicht beiläufig mal erzählt. Nein, wir bekommen ein Bild von der Mädels-WG, von den Freunden, von den Kommilitonen, von allen drumherum. Wir bekommen ein Bild davon. Wir haben eben schon ein Gefühl für die. Und wenn man dann eben noch weiß, wie diese Kombination so ein bisschen in den nächsten Bänden ist, dann weiß man schon, was einen für spannende Geschichten erwarten oder auch überraschende. Und ich freue mich da einfach sehr auf die weiteren Bände. Ich fand es wirklich eine wunderbare Liebesgeschichte mit wenig Kitsch und wenig Drama und umso mehr Mitgefühl, Emotion und wirklich richtig schönen Momenten. Und ja, die hat mich tatsächlich einfach mal richtig schön abtauchen lassen, was ich ja nach The Sinner als Serie definitiv auch gebraucht habe. Und ja, mir hat es großen Spaß gemacht. Und ich, wer Liebesgeschichten mag, der sollte sich Single Night unbedingt ansehen. Ich fand es richtig, richtig toll. Und das abschließende Hörbuch des Monats Juni war dann Ein Junge, Sein Hund und das Ende der Welt von C.A. Fletcher. Das Buch ist mir aufgefallen durch das wunderschöne Cover und auch durch den spannenden Klappentext, der so ein bisschen einen postapokalyptischen Stil hatte und mich im Grunde direkt gefesselt hat. Und das Buch wird gesprochen von Vanya Müs, einem Sprecher, den ich sehr, sehr angenehm finde, der mir bis jetzt bewusst noch nicht aufgefallen ist, der aber hier seinen Job auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht hat. Es ist wohl der Debütroman des Autors. Ja, aber so richtig mehr herausgefunden über den Autor habe ich noch nicht. Aber dass das wohl tatsächlich sein erstes Buch ist. Ja, dann hat auch noch jetzt letzte Woche die liebe Steffi vom Buchschnack in ihrem Hörgenuss davon geschwärmt. Und das hatte ich dann im Grunde schon zum Anlass genommen, da ich die Schwärmerei vorher schon mitbekommen hatte. Es dann, ich glaube, ich habe ab Mittwoch oder ab Donnerstag dann das Hören angefangen. Ja, wir sind hier in einer postapokalyptischen Geschichte. Wir haben also Science Fiction und wir treffen hier auf Chris. Der lebt in einer Zeit, in der die Menschheit fast ausgestorben ist. Nur noch wenige tausend Menschen leben verteilt auf der Welt. Grenzen, Regierungen oder Gesetze, ja, da gibt es überhaupt nichts mehr. Da ist jeder irgendwie für sich und für seine Insel. Und so lebt Chris mit seinen Eltern und Geschwistern sowie den beiden Terriern Jess und Chip auf einer Insel im Atlantik und ein bisschen westlich, glaube ich, von Schottland, wenn ich mich recht erinnere. Wo sie sich ja durch das Fischen und Jagen ja selbst versorgen und ja hier im Grunde auch ein ganz angenehmes Leben führen. Es gab einen Unfall, der die Familie so ein bisschen erschüttert hat, was mit Chris' Schwester zu tun hat und dann auch dadurch mit der Schock- und Bearbeitungswirkung mit seiner Mutter. Also es ist in der Familie nicht alles ganz so leicht. Eines Tages kommt ein Fremder mit einem Segelboot zur Familie und bietet ihnen ein Tauschgeschäft an. Und ja, alle essen so ein bisschen abends miteinander. Und es gibt Orangenmarmelade zu essen und die hat es förmlich in sich. Und nur Chris verzichtet so ein bisschen auf dieses Essen. Und am nächsten Tag ist sowohl der Fremde weg als auch ein Hund der Familie. Und Chris kann das überhaupt nicht überwinden, segelt hinterher. Und er lebt hier eine Abenteuerreise auf seinem Boot Sweet Hope. Und er ist bereit, alles zu riskieren, die Welt zu umfahren, um eben seine Hündin zu retten. Und er begibt sich eben auch zum ersten Mal in seinem Leben auf das Festland. Bisher kannte er wirklich nur das Wasser und auch die Inseln, was er eben auch nur aus Erzählungen kennt. Und es ist eine Abenteuerreise, die tatsächlich an mancher Stelle nicht spannender sein könnte und auch sehr, sehr bildhaft erzählt wird. Wir begleiten hier einen Jungen durch eine Welt, die anders ist als unsere heutige, die aber sich auch gar nicht so anfühlt, wie wenn sie so weit in der Zukunft wäre. Was natürlich anlässlich so der jetzigen Pandemie so ein bisschen gruselig tatsächlich an mancher Stelle ist. Aber ja, mich das tatsächlich gar nicht weiter irgendwie belastet oder ja, irgendwie hat. Also das konnte ich tatsächlich ganz gut trennen. Ich mag Geschichten, die in der Zukunft spielen. Ich mag es auch so ein bisschen, wenn man was Postapokalyptisches hat. Und es müssen dabei nicht immer Zombies sein oder Seuchen sein oder Ähnlichem. Und ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass man hier relativ wenig weiß, weil eben auch unser Protagonist nicht sehr viel weiß. Und ich finde es schön, dass er uns mit dieser Art des Tagebuchschreibens, wie er uns die Geschichte erzählt, dass wir eben doch viel wissen, aber unser Wissen dennoch begrenzt ist. Und uns das auch immer mal wieder klargemacht wird, dass er ja nur davon erzählen kann, was er eben weiß. Und ja, ich fand das total toll. Also es ist eben so überhaupt keine unrealistische Zeichnung der Zukunft. Und auch durch dieses Tagebuch erzählen hat mich Chris total gehabt. Also er hat mich richtig mitgerissen. Er hat mich auch immer wieder mit der direkten Ansprache abgeholt. Und ich liebe einfach Ich-Perspektiven. Ich mag sowas unglaublich gerne und lese sowas auch super, super gerne. Und man kommt, finde ich, immer so dem Protagonisten sehr, sehr, sehr nah und eben auch der Welt. Und wenn uns jemand mitnimmt, wenn er etwas Neues entdeckt, dann finde ich das umso spannender, wenn das in der Ich-Perspektive so ein bisschen passiert. Was ich ein bisschen schade fand, es war, dass der Schreibstil an mancher Stelle ein bisschen sperrig war. Also es waren manchmal sehr lange verschachtelte Sätze und es hat sich manchmal nicht ganz rund angefühlt. was tatsächlich beim Hören, fand ich, manchmal ein bisschen schwerer war. Ich weiß nicht, ob es beim Lesen leichter gewesen wäre. Gerade diese langen Sätze, dann hätte man sie vielleicht tatsächlich nochmal gelesen oder vielleicht wäre das Sperrige dann gar nicht so aufgefallen. Das hat mich in manchen Sätzen, in manchen Beschreibungen so ein bisschen unterbrochen, ein bisschen gestört. Aber es machte das einfach so ein bisschen schwerer zum Folgen. Aber die Geschichte ist so groß. Sie handelt von Mut und Liebe und Freundschaft und Tierliebe und so ein bisschen Abenteuer und auch so der Menschlichkeit. Und man spürt das in jedem Satz, in jedem Gedanken von Chris. Man spürt das Leben da drin. Und das war unfassbar schön. Das hat mich richtig gepackt und hat mich richtig begeistert und hat mich sehr, sehr gefesselt. Und also ich fand das wirklich großartig erzählt. Ich fand die Idee mega. Ich fand die Umsetzung toll. Ich mochte diese Abenteuerreise. Ich mochte, dass wir die Welt kennenlernen, die wir ja eigentlich kennen, die aber dort komplett anders ist. Und ich mag diesen Aspekt, dass das jemand in der Zukunftsvision zeichnet und uns da mitnimmt und uns die zeigt. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, war die Liebe von Chris zu seinen Hunden. Die war so tiefgründig, so echt. Es war sehr emotional. Und ich konnte mich da als Tierlieber Mensch sehr, sehr gut einfinden. Denn ich würde, wenn jemand mir meine Katze klaut, würde ich genauso irgendwo hinreißen und die zurückholen wollen. Ganz egal, wohin ich muss. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Auch seine Gedanken dazu, seine Gefühle, wenn er selbst versucht, sachlich zu bleiben, obwohl das bei so einem Thema nicht geht. Und wenn man eben selbst einfach seine Tiere irgendwie als Familienmitglieder sieht, dann ist das, glaube ich, auch sehr schwierig, da im Grunde ganz neutral zu bleiben. Das schafft man einfach nicht. Und das, finde ich, hat C.A. Fletcher hier richtig toll erzählt. Also es ist unfassbar große Tierliebe und aber auch eine Menschenfreudigkeit. Und es ist einfach toll. Und dann gibt es eben Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen, die mich total aus den Latschen hat fallen lassen. Und ja, also großartig. Eine tolle, tolle Geschichte. Wenn es ein bisschen unsperriger gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein absolutes Highlight. So ist es nur ein kleines Highlight. Man kann natürlich immer, obwohl man auch was kritisiert an einem Buch, finde ich, kann es trotzdem ein Highlight sein. Also wie es auch bei Nordblut der Fall zum Beispiel einfach ist, wo man eben einfach sagt, es gibt eben ein, zwei kleine Kritikpunkte oder in dem Fall nur eineinhalb. Und hier habe ich diesen einen. Deswegen kann es trotzdem ein Highlight sein. Also, ja, es, ja, also, ja. Von daher eine tolle Geschichte und kann ich wirklich nur empfehlen, wer sowas mag, wer Science Fiction mag, wer so eine andere Art der Zukunft einfach mal erleben möchte. Ich finde, der kann hier auf jeden Fall ganz viel Spaß haben und bekommt eine ganz wunderbare Geschichte erzählt. Ja, vier tolle Bücher in dieser Woche. Man kann es gar nicht anders sagen. Wenn nicht ganz so highlightig vielleicht wie letzte Woche, hat mich diese Bücherwoche und Plus Montag, Dienstag sehr, sehr gut unterhalten und hat auch richtig Spaß gemacht. Also richtig schön, wenn man so in seinem Leseflow kommt und, ja, da so richtig auf der Welle sozusagen dann surfen. Dann habe ich letzte Woche schon erzählt, dass ich mit The Sinner der dritten Staffel begonnen habe und ich habe die dann auch am Montag, glaube ich, beendet. Es sind insgesamt, glaube ich, acht Folgen gewesen, so immer zwischen einer Dreiviertelstunde und 50 Minuten. Die Serie ist freigegeben ab 16 Jahren und man kann theoretisch die dritte Staffel unabhängig von Staffel 1 und 2 schauen, denn der einzige fixe Punkt sozusagen ist Detective Ambrose, der gespielt wird von Bill Pullman und, ja, den seine Entwicklung nimmt man so ein bisschen mit, aber ich glaube, man kann tatsächlich auch Staffel 3 schauen ohne, dass man Staffel 1 und 2 kennt. Und hier muss ich schon direkt sagen, die dritte Staffel hat mich sehr, sehr gecatcht. Also sie hat mich sehr reingezogen, auch in den Abgrund und hat mich sehr an meine Grenzen gebracht. Sie ist sehr düster. Durch den etwas langsameren Erzählstil, finde ich, erzählt sie so viel auch zwischen den Zeilen, wie man so schön sagt und erschreckend fand ich, dass man, also die Inspiration an mancher Stelle ist zum Beispiel der Übermensch von Nietzsche. Es gibt auch Themen, die Carl Jung, der Psychiater, schon aufgenommen hat. Man findet Dinge aus Dantes göttlicher Komödie und das fand ich total faszinierend, wie das eingebunden wurde, wie auch das Thema Übermensch hier im Grunde erzählt wurde und auch, was das Thema irgendwie wie, ja, psychische Störung, ich fand, ich fand das ziemlich dunkel. Also mir fällt kein anderes Wort ein, als dass diese Geschichte mich in eine Dunkelheit gezogen hat, die ich, also unglaublich fand und erschreckend, mir fehlen irgendwie die Worte, selbst nach einer Woche, erschreckend fand ich tatsächlich auch, dass man so oft eigentlich genickt hat und dachte, ja, ich verstehe dich und das bei jemandem, der ja irgendwie ja nicht ganz rund läuft und auch Dinge tut, die bestimmt nicht gut sind und man denkt sich so, hm, so schlecht, schlimm. Also es ist sehr creepy. Ich muss es echt sagen, mich hat es ziemlich auch in den Schlaf verfolgt, es hat mich auch nicht so richtig losgelassen und ich war dann irgendwann froh, als diese acht Folgen rum waren und ich dachte so, jetzt liest du ein Liebesroman. Also das ist tatsächlich schon, wo ich sage, ich brauche da auch ein Kontrastprogramm und, ähm, ja, definitiv. Großartig hervorheben möchte ich zum einen wirklich Bill Pullman. Ich mag diesen Schauspieler super gerne und ich finde ihn hier auch als Detective Ambrose richtig, richtig toll und ich bin absoluter Fan von Matt Bomer. Der spielt hier den Jamie, hat also, ja, den Hauptcharakter, wenn man so möchte und der ist großartig. Was der für ein Minenspiel hat, in dem sein Gesicht sieht man alles oder nichts und das finde ich großartig. Was der schafft, über seine Augen, über den Mund, uns zu transportieren, das war wirklich der Hammer. Zudem hat Matt Bomer hier die Stimme von Simon Jäger. Ach, und ich liebe Simon Jäger, muss ich mehr sagen, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob er das tatsächlich grundsätzlich hat oder jetzt nur tatsächlich für das Sinne, weil ich kenne ihn, ich glaube, das erste Mal über den Weg gelaufen ist mit Matt Bomer bei In Time. Das ist ein Film, auch so düsteres Science Fiction, wo man eine Uhr hat laufen lassen, mit der man auch bezahlt, mit Justin Timberlake und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Ach, Namen sind nur Schall und Rauch. Das sind wir das erste Mal über den Weg gelaufen und dann habe ich ihn in White Collar gesehen und ich weiß gar nicht, hatte er da auch schon die Stimme von Simon Jäger, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das war für mich die perfekte Kombi. Ich fand Simon Jäger, er klingt natürlich immer, finde ich, wie Matt Damon oder wie Heath Ledger, aber er schafft es immer, doch so eine andere Farbnote reinzubringen, wenn er dann eben mal jemand anderen spricht und das hat er hier bei Matt Bomer geschafft. Also ich fand diese Serie so dunkel und unheimlich und düster sie war. Ich fand sie richtig toll. Also sie hat mich schon ganz schön gefesselt und mit vielen Gedankengängen, die ich dann natürlich auch mal gegoogelt habe, auch sehr beeindruckt. Also allein als ich dann immer mal Dantes göttliche Komödie erkannte und ich dachte, ach, das ist ein geiler Kontext. Ja, also ich kann sie absolut empfehlen. Ich fand Staffel 1 tatsächlich vielleicht noch eine Spur spannender und schneller, während 2 eben durch den kindlichen Protagonisten so ein bisschen seinen Reiz hatte. Ich fand es hier halt wieder ganz anders. Also es sind drei Staffeln, die man eigentlich überhaupt nicht vergleichen kann, die für mich aber qualitativ alle drei sehr, sehr hochwertig sind. Und ich bin sehr gespannt. Es ist wohl eine vierte Staffel bestellt und ich bin sehr gespannt, was uns da erzählt wird. Also ja, ich bin sehr, sehr neugierig. Und ja, da kommen wir im Grunde auch schon zu meinem Problem mit Gotham. Da habe ich dann so nach zwei Tagen Serienpause weitergemacht. Mir ist tatsächlich Gotham aber gerade auch ein bisschen zu düster. Ich muss das echt sagen. Es gab da eine Szene, die hat mich wirklich in den Schlaf verfolgt und die war so schlimm, dass ich wirklich aus dem Schlaf aufgeschreckt bin und erst mal schauen musste, wo ich eigentlich bin, wer ich bin und wann ich bin. Und ja, das war tatsächlich so für mich der Moment, wo ich dachte, ich glaube, es war einfach zu viel Düsternis in der Woche und ja, ich muss vielleicht Gotham bei Tag schauen. Ich arbeite jetzt einfach Nachtschichten und gucke am Tag so gruselige Serien. Wobei Gotham, es ist ja mega spannend, es ist großartig, die Geschichte des jungen Bruce Wayne und auch von Jim Gordon und die böse Wichte drumherum und ich finde das mega. Aber gab da wirklich diese eine Szene, die mich, obwohl jetzt gefühlt da gar nicht so viel passiert ist, die aber mich so eindringlich beschäftigt. Selbst jetzt fehlen mir noch die Worte. Ich habe also eine Gotham-Pause gemacht und ja, mal sehen, wann es da weitergeht. Also definitiv, aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal leichte Kost. Vielleicht sollte ich mit den Gilmore Girls irgendwie mal wieder anfangen. Wobei, da rege ich mich dann ab irgendeiner Staffel ja wieder auf. Das ist alles nicht so leicht. Ja, aber das war es, glaube ich, auch schon zu der Bücherwoche. Ja, das war es zu der letzten Bücherwoche, sozusagen vor der Sommerpause und ja, mal sehen, was die Sommerpause bringt. Wir sehen uns wieder am 8. August. Ja, ich freue mich schon auch irgendwie wieder, so dieses Ziel dann vor Augen zu haben, dass ich da ein Video drehen werde und vielleicht melde ich mich ja im Juli doch mal irgendwie ganz kurz, wenn vielleicht mein kleines Buchprojekt eher fertig ist, aber wenn nicht, dann tatsächlich auch erst irgendwie im August. Ja, lasst mir doch mal so ein bisschen da, welche Serien ihr gerade so schaut, ob ihr das Tauschkonzert gesehen habt, ob euch die Staffel gefallen hat, ob ihr gerade was Leichtes an Kost an Serie vielleicht auch habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Alle Infos findet ihr zu den Büchern und Ähnlichem findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht habt ihr ja auch Sommerpläne, dann bin ich natürlich auch neugierig, wie ihr den Sommer vielleicht ohne große Reisen dieses Jahr verbringt. Ja, lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Ich hoffe, wir haben einen trockenen und auch etwas sonnigen Sommer, sodass, wenn man schon daheim ist, trotzdem irgendwie eine schöne Zeit draußen haben kann und es nicht irgendwie drei Wochen dann nur am Stück regnet und man dann zu Hause irgendwie die Decke auf den Kopf fällt. Aber man kann das Wetter eh nicht verändern. Aber ja, ich freue mich auf einen hoffentlich schönen Sommer. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch eine schöne Sommerzeit. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Genießt den Sommer. Lasst euch gut gehen. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.